Überfall! Hände auf! Keine Sperenz hier! Hallo Polizei! Überfall auf die Volksbank, an der Tharmstraße! Kommen Sie doch! Verdammt! Los, hinterher! Der Arschlosser, wenn ich den Kerl erwischt, den umgebracht hat, den mache ich fertig. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren und die Nerven behalten. Es ist alles schon schlimm genug. Was wollen Sie ändern mit Ihrer Forderung nach Todesstrafe? Bei Ihnen in Polen machen Sie doch auch kürzen Prozess mit den Mördern. Oder? Man hat Ihnen so ein Gefühl von Schuld. Sie? Warum Sie? Man kann nicht leben und nur hassen. Man muss einmal vergessen. Aber vorher, die Schuldigen müssen bestrahlt werden. Ich glaube nicht an die Gerechtigkeit. Sie? Ich weiß nicht. Aber die Schuldigen, die ich kenne, sollen nicht davon kommen. Das habe ich geschworen. Es ist eine nationale Würgelosigkeit, einen ausländischen Zeugen so zu befragen. Ich bitte, ich bitte, wenn Sie bemühen. Du guck mal, da drüben, das ist der. Wer? Der Mörder bestimmt. Was? Ja komm. Nein, ich will doch keinen Mörder. Nein, ich will doch keinen Mörder.